Rock'n'Roll! Willkommen zurück zur Halobatt-Cup-Show, Bülent Ceylan-Show, ja, wir sind immer noch bei der Bülent Ceylan-Show, ich weiß nicht anders aus, aber bei Bülents Olympia muss ich ja heute wieder eine türkische Aufgabe meistern, nämlich Ölringen, ja, wie der Name schon sagt, jetzt werde ich erstmal eingeölt und das machen die Kämpfer immer gegenseitig, also, ich muss jetzt, ich versuch mit dem Mikro, dass das Mikro nicht eingeölt ist, aber ihr zieht mich jetzt aus, ne? Das ist, äh, so, und jetzt, das ist schon ein bisschen, also, äh, wir sind immer noch beim Ölringen. Oh, nee. Was machst du? Sag mal, das, äh, ey, ey. Aber, nee, guck mal, das heißt Ölkätchen, aber stehen die Türken nicht auf Goldkätchen, du meinst? Oh, was machst du? Und Arm, ey, ihr braucht nicht lachen, ich fühl mich grad wie ein Häufchen Ölend, ne? Wirklich. Hey, mein, der geht mir wirklich in den Arsch. Was machst du? Also, ich weiß, dass er auf Frauen steht, aber, es ändert mich wirklich so, entspannen, öh, okay, das heißt, ich bin jetzt schon gut? Fangen wir gleich an, ja? Das passt so. Okay. Okay, ja, ja, ich mich, ja, reibt noch, reibt. Okay. So, pass auf, also, wenn wir uns einschalten, erklär dir noch einmal kurz die, noch einmal kurz die Regeln, das für jeden, der jetzt eingeschaltet hat. Ein Überwurf ist Feierabend, Brust zur Sonne ist auch Feierabend und wenn ich dich hochheben, drei Schritte gehe, ist es zu Ende. Alles klar. Ich leg das Mikro jetzt ab, die Jury, äh, äh, wieder Kaya eigentlich, äh, Kaya, komm mal her, du musst ein bisschen moderieren, komm, weil ich kann das nicht anders. Ja, äh, die türkischen Ringer machen sich bereit. Die Hosen sitzt. 96 Kilowatt, der. Wie viel hast du, Bülent, wie viel Kilo? Warte mal, der fängt mich jetzt schon um. Bülent, was wiegst du? Wie viel du wiegst? Achso, ich wieg 85. So, dann, äh. So, 85 Kilo gegen 96 Kilo. Okay, pass auf, Marais. Okay. Gülent, ja. Oh! Bülent gewinnt, nein! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So, jetzt geht ab. Der Mensch läuft doch wie geschmiert, Willen. Verdammt Herren, für ein kleines Entgelt kommen die beiden auch zu Ihnen nach Hause. Strecken Sie an, Willen, wir haben geübt. Willen, lasst Sie den Fuß nicht entbreiten, hör auf! Komm schon! Junge, das ist Yoga, was du da machst. Falsche Olympiadisziplin. Oh, die Haare! Die Haare! Die Haare, die Haare! Die Haare! Die Haare! Die Haare! Die Haare! Nicht umarmen, nicht umarmen. Du hast du gut gemacht. Sehr gut! Applaus Applaus Rats 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 Vielen Dank.